ja ich will heute noch rein ja das wird heute nix mehr glaubt mal mach mal den motor aus ein bisschen benzinsparen vor allem der volk macht aber auch nix der steht da nur das lohnt sich nicht da durchzufahren die kommen jetzt wieder alle der wollte mal voll weg Prozent die 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 das Was macht der jetzt hinter oben weißt du? Ja Aber was für alles für Eker, wenn wir so lang fahren, ne? Ja Tanja Mann, dieses Auto geht mir so auf den Sack, ne? Ja, Mann Eben Hupen, Alter Boah Wird voll weggeschubst Sechsundachtzig Leute In den letzten fünf Minuten sind wir seit 0 Meter gekommen Doch ich einen Meter, weil mich einer angeschoben hat Boah Alter, das geht dir ab, ey Ich nehm übrigens grad auf Das tue ich dann auf YouTube Ja Das ist aber auch ne geile Szene, ey Ja Und wie die alle versuchen rauszukommen, Alter Ohohoho Oh Und Boah Ich wollte, dass es auch noch ein Zeitlupe ist Mh 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 Tät reun Mh 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 Boah! Alter! Ich hab mich halt einfach zu raus. Alter! Du bist so knapp drauf, da wo man fliegt will, kannst du. Alter! Also start dir mal wegen so ein Stück auf, das wo man reinfahren kann. Ja! Hauptsache ich komm raus. Ich weiß nicht, wie es weiter geht, ey. Ja! Ah, es lockert sich auf. Ja, so ein bisschen. Aber schon wie lange. Ja, es wäre schon vorbei. Habt ihr den gebliebenen Autor und das Hub? Weißt du? Mhm. Mhm. Da hast du überhaupt keinen Rinderung. Wenn es weiter geht, hab ich gleich keine Batterie mehr. Ah, da kommen wir jetzt wieder massenweise. Oh Gott! Boah! Alter, der wackt da voll in den Boden rein! Das ist 100% wahr! Alter! Aber hinter uns ist schon voll die Schlange! Hä? Hä? Ob wir schon 10 mal rein fahren konnten, hätten. Alter, backt der da! Aber hörst du dir auch cool finden, dass keiner hinter uns überholt? Ja, ne? Die stehen da alle Schlange, Alter! Ohoho! Obwohl wir hier einfach nur zuschauen wollen! Weißt du? Die stehen da nur warten und warten! Ja! Die überholt nicht! Die stehen da! Ah, jetzt überholt mal einer! Ja! Oh, jetzt geht's wieder los! Jetzt geht's wieder los! Jetzt kommt keiner von... ... Boah! Alter, weil's voll weggeschleudert war! Alles klar! Ich mach jetzt mal Foto-Dings an! Foto-Modus! Ich fliege hier ein bisschen durch die Gegend! Ich sage mal die Gegend! Bbooooh! Bbrrrrr!!! Der, er gepflogen ist! Der, der wollte Guten Tag sagen! Alter... Guck dir die Schlange hinter uns an! Die, die, die... Ich hab Spaß gemacht! Das ist dritt! weil die meisten decken auch noch langsam ja weiter vorher kommt er mit 100 Uhr sein m vielleicht übel macht das Auto da der der rammt mich alter Hauptsache der rammt mich eiskalt alles klar läuft bei dem ich hab ja gedacht dass es da drüben schon schlimm ist aber hier ja ok wenn man ihn nicht überholt kommt man auch nicht weiter nee ich machs denen mal ein bisschen was enger hier damit mehr passiert fahr ein bisschen dichter auf so dass keiner von hinten da gleich rein wird ja 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 ja